Hallo und herzlich willkommen zu die Sterne für die Woche vom 26.2. bis 3.3.2024. Mein Name ist Robby Altwein, schön, dass du da bist. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Fische. Fische ist die Energie der Einheit. Fische ist die Energie des Urvertrauens. Es geht jetzt darum, dass wir dieses Urvertrauen wiederfinden. Das Vertrauen in Gott, das Vertrauen ins Leben. Jenes Vertrauen, mit dem Kinder ihre Lebensreise hier antreten, bei Kindern ist dieses Urvertrauen noch ganz stark spürbar. Ja, und dieses Urvertrauen dürfen wir wiederfinden in uns. Das Leben ist auf deiner Seite. Alle Dinge entwickeln sich zu meinem Besten. Das Leben liebt mich. Gott liebt mich. Ich werde jetzt zu neuen Chancen, zu neuen Möglichkeiten geführt. Wenn du solche Gedanken immer wieder denkst, dann wirst du dieses göttliche Urvertrauen in dir wieder aktivieren. Das ist sehr wichtig, dass wir wieder dieses Urvertrauen in uns aktivieren. Die Erde befindet im Aufstieg. Und Aufstieg heißt, dass wir unser Bewusstsein erhöhen. Und je höher unser Bewusstsein ist, desto mehr sind wir im Vertrauen, desto mehr sind wir in der Liebe, im Frieden. Im Grunde genommen soll jetzt auf Erden ein Quantensprung stattfinden, in der Menschheit, im Bewusstsein der Menschheit. Und dieser Quantensprung wird sich jetzt immer mehr aufbauen. Astrologisch gesehen haben wir einzigartige Konstellationen, die in den letzten 10.000 Jahren und in den kommenden 10.000 Jahren nicht da waren bzw. kommen werden. Uranus, Neptun und Pluto bilden ein galaktisches Dreieck genau am Nullpunktfeld. Die Halbsumme dieser Konstellationen fällt genau auf das Nullpunktfeld und da wird so eine enorme Power freigesetzt. Es ist ein energetischer Reset, der jetzt stattfindet in den nächsten Jahren und der wird zu einem Reset in der Welt führen. Das bedeutet, alles wird verwandelt. Das bedeutet, dass im Grunde jetzt wichtig ist, dass wir uns auf die neue Erde vorbereiten, dass wir uns einschwingen, diese Energie der neuen Erde. Denn die Erde wird erneuert. Und je offener wir sind diesbezüglich, je mehr wir das Neue begrüßen, je mehr wir uns auf das Neue hinausrichten, desto schneller und einfacher wird das Neue geboren werden können. Aber die Geburt findet statt. Viele Menschen halten am alten Dingen fest, sagen, Mensch, früher, vor 20, 30 Jahren, da war das Leben irgendwie noch ruhig und angenehmer und leichter. Ja, die Energien erhöhen sich und es geht um den Wandel. Und wenn man sich dem Wandel versperrt, dann geschehen viele Veränderungen, die von außen auf uns zukommen. Viel einfacher wäre es, wenn wir uns öffnen für den Wandel, indem du in deine höchste Vision gehst. Du kannst diesen Wandel für dich einleiten, indem du in deine höchste Vision gehst. Wie soll mein Leben ausschauen? Was möchte ich tun? Wer will ich sein? Frage dich öfters, wer will ich eigentlich sein? Wenn ich wüsste, dass ich mit nichts scheitere, sondern dass das, was ich beginne, ein voller Erfolg wird, wer würde ich gern sein? Weil das, was dir dann in den Sinn kommt, hat viel mehr mit deinem wahren Sein zu tun, als mit dem, womit du dich jetzt gerade identifizierst. Die meisten Menschen leben eine extrem kleine Vision von sich selbst. Die meisten Menschen leben weit unter ihren Möglichkeiten. Und es ist wichtig, dass wir unsere öffnen für unsere höchste Vision. Und immer wieder hineinzugehen in die höchste Vision. Wie soll dein Leben ausschauen? Wer willst du sein? Wir erschaffen unser Leben über unser Bewusstsein. Und je mehr du immer mehr in diese höchste Vision hineingehst, desto stärker aktivierst du das, was du eben in dieser Vision siehst. Denn worauf du deine Aufmerksamkeit legst, damit verbindest du dich. Wir sind geistige Wesen. Wir erschaffen über unseren Geist. Auch wenn wir unseren Körper anstrengen und arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, doch es ist unser Geist, der erschafft. Wenn du die Kraft deines Geistes nutzt, wirst du viel weniger deinen Körper anstrengen müssen, um Geld zu kreieren. Ich kann jedem nur empfehlen, wirklich die Kraft des Bewusstseins zu entdecken und diese Möglichkeiten und diesen inneren Reichtum, der in uns liegt. Dann wirst du viel schneller im Äußeren diesen Wohlstand manifestieren. Ich erlebe es ja selbst und auch viele meiner Klienten, die ich unterstütze mit ihrem Soul-Business, erleben das. Denn wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir über 5D-Technologien verfügen. Seit 20, 30 Jahren. Seit den 80ern ist die Erde, befindet sich im Aufstieg. Seit Ende der 80er gibt es das Internet und die ganzen digitalen Internet-Technologien, die uns seitdem immer mehr zur Verfügung stehen. Jetzt kommt ja die künstliche Intelligenz noch dazu. Die ermöglichen uns eben, an dieser unbegrenzten Fülle teilzuhaben. Solange wir noch 3D-Berufe nachgehen, ist es schwierig, weil wir da in dieser Zeit gegen Geldfalle drinstecken. Aber wenn wir 5D-Technologien nutzen, dann überwinden wir diese Zeitraummatrix. Weißt du, ich nehme es auf dieses Video jetzt hier am Donnerstag, Freitag und du hörst es dir dann an. Ab Samstag steht es online zur Verfügung. Ich nehme es hier für dich auf, auf Borkum. Du hörst es dir an, obwohl du eigentlich in einer ganz anderen Stadt, in einer ganz anderen Gegend lebst. Du bist ja vielleicht sogar in einem ganz anderen Land als ich. Und das meine ich eben, wenn wir diese 5D-Technologien nutzen, können wir auf ganz andere Art und Weise kreieren. Und darum geht es, dass wir uns öffnen, dass wir erkennen, dass wir Bewusstsein sind. In 10, 20 Jahren werden viele Menschen ihre berufliche Tätigkeit gewechselt haben und viel mehr Menschen werden den Geist nutzen und ein ganz anderes Leben führen. Im Grunde haben wir alle Menschen dazu die Chance, denn die gesamte Erde befindet sich im Aufstieg. Aber dieser Aufstieg, der drängt sich ja niemanden auf. Sondern jede Seele muss sich dafür öffnen. Und je mehr Menschen sich öffnen, desto schneller geschieht der Aufstieg im Grunde. Aber du kannst es für dich persönlich dahingehend beeinflussen. Wenn der kollektive Aufstieg kommt, das liegt natürlich nicht an dir selbst. Aber du kannst dein persönliches Leben verändern. Du kannst deinen persönlichen Aufstieg realisieren, indem du dein Bewusstsein auf die Chancen und Möglichkeiten ausrichtest, indem du dich verbindest mit dem Göttlichen, indem du immer wieder in die Meditation gehst, indem du deine Gedanken positiv ausrichtest. Wir haben jetzt in der neuen Woche Jupiter-Uranus-Energien. Die bauen sich jetzt immer mehr auf. Im April, Mai haben wir den Höhepunkt. Dann ist diese Konstellation exakt. Aber in der neuen Woche beginnt dieser Konjunktionsaspekt, sich wieder zu verschärfen. Und Jupiter-Uranus steht im Grunde, kann man sagen, für den größten Erfolg unerwartet positive, spannende Möglichkeiten, die sich uns bieten. Gerade wenn du selbstständig bist, Lichtarbeiterin bist, als spirituell unterwegs bist, dann kannst du mit Quantensprüngen rechnen. Gerade wenn du eine spirituelle Berufung hast und diesbezüglich viel tust, große Ziele hast, auch gelernt hast, wie du Geld kreierst, kannst du jetzt Quantensprünge machen. Ja, weil Uranus steht ja für die Selbstständigkeit. Jupiter steht für den Erfolg. Im Stier steht das Ganze für finanzielle Aspekte. Also unglaubliche Chancen. Finanzielle Chancen. Jetzt im März, April, Mai. Für alle, die eben ihre Berufung leben, die selbstständig sind. Ja, wenn du in Anstellung bist, es kann auch sein, dass du eine kleine Lohnerhöhung gibst. Aber wenn du wirklich selbstständig bist, dann hast du die Chance, dein Einkommen auch mal in kurzer Zeit zu verdoppeln, zu verdreifachen. Das ist eigentlich richtig krass, was wir für Chancen jetzt haben unter Jupiter-Uranus-Energie. Wenn die Menschen begreifen würden, was da für ein kosmischer Segen uns jetzt astrologisch zur Verfügung steht, die würden alle mutiger sein, mehr machen, sich mehr trauen, mehr zeigen, mehr unternehmen, mehr Chancen ergreifen. Weil das ist wie so ein Lotto-Sechser, der jetzt nicht nur für einen von 14 Millionen vorgesehen ist, sondern wo Millionen Sechser verlost werden, wo unendlich viele Sechsrichtige verlost werden. Nur muss man eben diese Chancen erkennen und ergreifen. Und die liegen eben nicht darin, dass man eben zur Lotto-Stelle geht und an diesem Spiel teilnimmt, wo einer von 17 Millionen die Sechsrichtige hat, sondern wo du eben an diesem Spiel der Berufung, an diesem Spiel der spirituellen Manifestation teilnimmst, wo du lernst, deinen inneren Reichtum mit der Welt zu teilen. Ja, also das richtige Spiel spielen, die Berufung, ja, das Berufungsspiel zu spielen und nicht nur irgendein Job nachgehen, wo du Zeit gegen Geld arbeitest, ja, wo du deine Zeit gegen Geld tauschst, ja, wo die ähnliche Chance ist, mehr Geld zu bekommen, dass du mehr arbeitest, ja, wenn du einen Stundensatz hast von 15 Euro, wenn du 10 Stunden arbeitest, kriegst du 150 Euro, wenn du 100 Stunden arbeitest, 1500 Euro, wenn du mehr Geld haben willst, ja, da muss ich zwölf Stunden arbeiten und drei Stunden, aber wie willst du das machen? Die Zeit des Menschen ist begrenzt, deswegen muss ein Umdenken stattfinden, raus aus dieser Zeit gegen Geld, ich tausche meine Zeit gegen Geld hinein, ich kreiere einen Nutzen und dafür bekomme ich Geld. Und diese neue Wege zu gehen, darum geht es, wenn du eben dich öffnest für deine Berufung, weil die Berufung läuft nicht darauf hinaus, Zeit gegen Geld zu tauschen, kann man natürlich machen, gibt Menschen, die in diesem Zeit gegen Geld dann einfach drinbleiben, dass sie sagen, ja, ich habe einen Stundenlohn von 30 Euro oder 70 Euro, man kann aber auch sagen, ich mache eine ganz andere, ich stifte Wert und lasse mich für den Wert bezahlen. Ich will ja gar nicht so tief in dieses Thema eintauchen, bloß ich will dir die Chancen und Möglichkeiten erläutern, die es eben uns allen zur Verfügung stehen, aber nur wenige ergreifen sie, weil die meisten Menschen in diesem Zeit gegen Geldding da noch drin sind, in dieser Matrix, die jahrtausendelang hier unten auf Erden wirkt, weil die Erde eben zum Reich der Finsternis gehörte, aber wir verlassen jetzt dieses Reich der Finsternis, wir gehen ins Licht und das bedeutet, dass neue Technologien uns ermöglichen, alte Muster zu überwinden. Darum geht es, dass wir uns befreien von alten Mustern, von alten Gewohnheiten, von alten Verhaltensweisen und da wird unglaublich viel passieren in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren. Irgendwann werden wir keine Tiere mehr essen, weil wir einfach erkennen, dass wir das, was wir den Tieren zufügen, Tiere sind göttlich, sind im Grunde Lebewesen genauso wie wir, sie haben nur einen anderen Körper. Aber im Grunde sind die genauso Brüder und Schwestern wie wir. So wie wir Menschen unterschiedliches Aussehen haben, wir Europäer unterscheiden uns von Asiaten oder von Menschen, die aus Afrika kommen und so weiter oder aus Südamerika kommen. Tiere sind die Erweiterung dessen. Sie sind genauso wie wir göttliche Lichtwesen, aber nicht nur, dass eben die Hautfarbe sich hier unterscheidet, sondern auch eben die Gestalt. Wenn wir Menschen erwachen würden, vollkommen erwachen würden und wir ganz bewusste Kontakte hätten zu Lebewesen, Menschen aus anderen Sternensystemen, das wird immer auch kommen, in den nächsten zehn Jahren wird das kommen, dass da Kontakte stattfinden werden. Das hier Außerirdische ganz gezielt Kontakttreten zu uns Menschen. Und da gibt es einen Teil der Leute da draußen, die sehen aus wie Menschen. Aber es gibt einen Teil eben, die sehen nicht aus wie wir Menschen. Die sehen eher aus wie Tiere. Dass sie irgendwie katzenähnliche Gestalt haben, eben auf aufrecht gehen, aber eben anders aussehen. Nicht wie wir jetzt Menschen definieren würden. Dass die eben so aussehen wie wir. Wie wir nun mal aussehen als Menschen. Und dann werden wir immer mehr erkennen, Mensch, die Tiere sind ja gar keine Tiere. Die Tiere sind ja genauso wie wir. Wir haben sie nur behandelt wie Tiere. Aber in Wirklichkeit sind es Lichtwesen wie wir. Und sobald das Erwachen stattfindet, fangen wir auf einmal an, die Tiere besser zu verstehen, weil wir immer mehr telepathisch kommunizieren können. Übrigens, manche können das ja. Leute, die ein Haustier haben und sehr mit diesem Tier in Liebe verbunden sind, die erleben oft so eine telepathische Verbindung zu ihrem Haustier. Aber im Grunde ist es zu jedem Tier möglich, wenn wir das Gesetz der Liebe beachten und nicht nur unser eigenes Haustier lieben, sondern alle Tiere in unser Herz schließen. Dann beginnt auf einmal die Telepathie in uns zu erwachen. Und dieses Vermögen kann jederzeit in uns wach werden. Denn wir Menschen sind nicht auf unsere Sprache, auf unsere menschliche, verbale Sprache begrenzt. Unsere wahre Kommunikation ist Telepathie. Aber durch das wir in diese 3D-Matrix herabgestiegen sind, haben wir die Telepathie weitgehend verloren. Durch das wir das Gesetz der Liebe verstoßen haben und unsere Mitgeschöpfe einfach töten, um die zu verspeisen, auch wenn wir es nicht direkt machen, sondern wir kaufen das irgendwo ein. Trotzdem verstoßen wir eben gegen dieses Gesetz der Liebe. Liebe achtet immer den freien Willen eines Wesens. Es geht niemals über den Willen drüber. Kein Wesen auf der Erde sagt, ja, verspeise mich. Nein, alle wollen leben. Jedes Tier will leben. Jeder Mensch will leben. Und wenn wir Menschen einfach über die Tiere, über den Willen drüber gehen, dann verstoßen wir gegen das Gesetz der Liebe. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir geistig unser Bewusstsein reduzieren. Und dadurch können wir jetzt zum Beispiel weniger hell sehen, hell fühlen, Telepathie oder auch das Reisen in Lichtgeschwindigkeit, das an mehreren Orten gleicht. Also die ganzen, was wir so als magische Fähigkeiten bezeichnen, in Wahrheit sind das urmenschliche Fähigkeiten. Bloß durch das wir das Gesetz der Liebe, das kosmische Gesetz der Nächstenliebe verletzt haben, haben wir unseren Geist verletzt und sind uns gewisse Fähigkeiten abhandengekommen. Dagegen, wenn wir uns öffnen für das kosmische Gesetz der Nächstenliebe, kommen diese Fähigkeiten zurück. Und einzelne Menschen, wie gesagt, machen das. Ja, sie haben ein Haustier, sie lieben es so. Immer verstehen sie sich mit dem Haustier telepathisch. Die ursprüngliche Kommunikation erwacht bezüglich dieser Seele, die sie lieben. Aber je mehr der Mensch sich wirklich ernsthaft darum bemüht, sein Bewusstsein zu verändern, seine Gedanken zu verändern, sein Verhalten zu verändern, immer liebevoller wird, immer mehr darum sich bemüht, Frieden herzustellen, erwacht sein inneres Sein. Und diese spirituellen Fähigkeiten kommen zurück. In den nächsten zehn Jahren wird so viel auf Erden passieren. Einerseits, dass wir umdenken, was Tiere angeht. Andererseits wird es auch zu Kontakten kommen, sei es jetzt außerirdisches Leben. Das wird alles verändern. Weil wir als Menschheit sind sehr rückständig im Grunde. Wenn wir mal alle Kulturen betrachten, die es da draußen gibt, wenn man das so in ein Schulsystem mal einordnen würde. Wir halten uns immer für Studierte und Gelehrte, aber in Wirklichkeit sind wir Grundschüler. Die meisten Völker da draußen, die sind viel weiter entwickelt. Die sind viel, viel weiter entwickelt. Und die Entwicklung findet über das Herz statt. Findet statt, dass wir unsere Gedanken meistern. Höher entwickelte Wesen haben keine negativen Gedanken. Sie haben keine Ängste und Sorgen. Solche niedrigen Bewusstseinszustände sind für uns öfters an der Tagesordnung, aber dadurch hängen wir auch in dieser niedrigen Matrix drin fest. Höher entwickelte Wesen gehen den Weg des Herzens. Sie sind mutig, sie sind in der Freude, sie senden Liebe aus, sie vergeben. Sie vergeben allen Seelen, die ihnen Unrechtes antun. Wir Menschen dagegen, wenn wir verletzt werden und das richtig tief geht und persönlich wird, oft fällt es uns Menschen schwer und manche können da gar nicht vergeben. Und die Seelen wissen eigentlich nicht, was sie tun. Sie denken immer, nee, dem vergebe ich nicht. Aber was sie eigentlich tun, ist sich erneut ein zweites Mal zu verletzen. Nicht nur, dass da eine Verletzung durch den anderen stattgefunden hat, sondern diese Unvergebenheit. Da findet nochmal eine Verletzung statt, die man sich selber zufügt. Die man sich selber zufügt. Denn Vergebung ist, oder das Gesetz der Liebe ist Vergebung. Und wer nicht vergeben kann, lebt nicht im Einklang mit dem Gesetz der Liebe und er schadet sich selbst, weil er einfach sein Bewusstsein drosselt und dadurch automatisch mehr Probleme hat und Schwierigkeiten hat. Er lebt an anderer Stelle viele Schwierigkeiten und kann nicht den Zusammenhang erkennen, dass das damit zu tun hat, dass er nicht vergeben kann zu Person XY. Das ist das Problem. Viele Probleme, die wir haben, hängen mit der Unvergebenheit zusammen, weil wir bestimmten Menschen nicht vergeben können oder wie auch immer schwingen wir in einer niedrigen Energie und ziehen dadurch entsprechende Herausforderungen an. Denn alles spiegelt sich. Vergebung ist so wichtig. Deswegen kam ja Jesus zur Erde und sagte, liebe deine Feinde, hab keine Feinde, vergebe, vergebe, vergebe. Denn das führt dich aus dieser Dunkelmatrix heraus. Wer nicht vergeben kann, bleibt in dieser Dunkelmatrix hängen. Nur die Liebe, nur das Vergeben führt uns daraus. Wenn du da tiefer eintauchen willst, ich habe eine Meditation für dich. Eine kostenfreie Meditation. Zur Verbindung mit deinem wahren Selbst. Hör dir diese Meditation öfters an und du wirst dein wahres Selbst immer mehr aktivieren. Das ist so wichtig, dass du jetzt diese Fische-Energie nutzt, um dich mit deinem wahren Selbst zu verbinden. Denn das wird alles in deinem Leben zum Positiven verändern. Denn wenn du mit deinem göttlichen Selbst verbunden bist, schwingst du in einer erhöhten Energie, in der Energie, der Frequenz, der Fülle, der Freude, der Glückseligkeit, der Wunder und wirst viel leichter einfach positive Manifestationen erfahren. Meditation ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich empfehle dir, mehrmals am Tag zu meditieren. Nutz gern auch meine Meditation. Du findest sie auf robbyaltwein.com. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation. Verbindung mit deinem wahren Selbst. Das ist das große Thema jetzt in dieser Zeit. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn du möchtest, hören wir uns bald wieder. Mach's gut, alles Liebe. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, und eins noch wie immer. Folge deinem Herzen. Alles Liebe. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.